Moin liebe Freunde der Strategie und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sid Meier's Civilization bzw. zu Civilization 1. Und ich würde sagen, nachdem wir die Ägypter vernichtet haben, ihr gehört zu Washington, ziehen sich unsere Streitwagen mal wieder zurück. Also bzw. nee, die sollten wir vielleicht noch in den Städten lassen, denn soweit ich weiß, hat Theben noch keine Garnison, Memphis aber schon. Ich wollte übrigens mal was gucken, nämlich der Leuchtturm. Den haben wir nämlich noch gar nicht in... Doch, warte mal, ich glaube, da war irgendwie was von wegen... Nein. Entschuldigung, was ist denn mit mir? Städteausbau und Leuchtturm wollen wir. Weltwunder. Genau, der Pharus, Leuchtturm von Alexandria, bla bla bla. Genau, auf Seemale bis zur Entwicklung des Magnetismus. Ich finde das übrigens sehr gut, dass man genau sagt, bis zu welcher Technologie das geht. Tatsächlich. So, da ist New York. New York ist mittlerweile auf 5. Das ist auch sehr schön. Mittlerweile sind ja auch die ersten paar Parten schon draußen. Also über die Hälfte der ersten Session sind mittlerweile raus. Heute kam ja der vierte Part raus von Civ. Und natürlich kam das auch wunderbar an, dass ich das Quiz erstmal kräftig in den Sand gesetzt habe. Also das kam richtig gut an. Ahem. Naja, gut. So, der New Yorker, der geht mal weiter. Ja. Sehr schön. Haben wir nochmal ein paar Beete dazu gebaut. Wie sieht's aus? Wie ist eigentlich eure Schildproduktion? Zwei haben die. Okay, und die wachsen bald, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ein bisschen Ausbaufläche ist hier noch. Vielleicht, wenn wir Glück haben, passt hier sogar noch eine weitere Stadt hin. Sehe ich gerade mal so. Du wartest bitte noch. Wie gesagt, wenn wir Glück haben. Es kann auch sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Siedler, du kannst dich mal bitte auf den Weg nach Philadelphia machen, denn die Stadt haben wir noch gar nicht ausgebaut. Und Theben ist auf drei. Wie sieht's aus? Habt ihr mittlerweile eure Garnison? Nein, die braucht noch zwei Runden. Aber Memphis hat schon seinen zweiten. Sehr gut. Dann würde ich mal vorschlagen, baut ihr jetzt erstmal eure Kaserne. Und der Kollege verschanzt sich. Du gehst mal bitte dahin. Beim letzten Mal war es ja auch tatsächlich so, dass es eine kleine Katastrophe gab in Philadelphia. Darum werden wir uns auch kümmern. Also wir werden, sobald die Möglichkeit da ist, auch dort ein Dings bauen. Ein Tempel. Ach, scheiße, warte. Ach, egal. Jetzt bauen die das da halt. Und gut ist. So, der Phalan ist fertig. Hier baut auch natürlich einen zweiten. Der kann sich dann verschanzen und der Streitwagen kann nach Hause. Die Bewässerungsanlage da ist jetzt unnötig. Stadtmauer. Sehr schön. Da ja Philadelphia schon so gut gewachsen ist, erstmal baut ihr einen Siedler. Hallo? Erst einmal baut ihr bitte einen Siedler. 40 Runden dauert das. Eure Produktion ist niedrig, ne? Wenn ich das gerade mal so sehe. Okay. Aber das werden wir ändern. Die ist echt niedrig, die Produktion. Das ist gar nicht cool. Oh. Ja. Was war denn da los? Da hat einfach mal ein Barbarenschiff uns angegriffen. Das ist der Washington-Typ. Das ist der Streitwagen für New York. Der ist fast zu Hause. Apropos New York. Kolossus. Gut. Könnt ihr weitermachen? Boston wächst tatsächlich wieder. Unser Sorgenkind. Das wächst langsam. Sehr schön. Washing. Nehmen wir eine Kornkammer. Das ist skandalös, aber da arbeiten sie dran. Ihr baut eine Stadtmauer. Ja. Okay. Ich würde ja gerne mal wissen, wie es um unser Geld steht. Können wir das hier irgendwo überprüfen. Stadtzustand, Handelsberater. Kann man das hier einsehen? Gesamteinkommen 22. 22 pro Runde ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dann werdet ihr euch mal die Stadtmauern kaufen. Wie sieht es mit euch aus? Ja, Kornkammer. Es gibt nämlich ein bisschen Wichtigeres zu tun. Huch. Deswegen kauft ihr euch mal ruhig. Dass wir dann mal ein bisschen weiter voranschreiten können. So. Und der ist dann jetzt auch in der Stadt angekommen. Sehr schön. Du baust da mal eine Straße rüber. Das wird dann unsere erste Brücke. Ah. Sehr schön. Geflasterte Straßen. Es gibt nichts Schöneres. Huch. Ja. Washington baut die Kornkammer. Die für mich immer noch aussieht wie eine Bienenwabe. Also wie so ein Bienennest. So. Militärberater. Segelschiffe. Erforschung der Welt. Warum ist die Produktion schon hier so runter? Ihr sollt euch auf die Produktion konzentrieren. Aber es ist eine gute Idee. Wir werden tatsächlich mal ein Segelschiff bauen. Kann das sein, dass das Segelschiff auch noch nicht sehr stark ist? Nee. Ein Angriff, ein Verteidigung, drei Fortbewegungen. Also plus dem Leuchtturm wahrscheinlich vier. Erinnert so ein bisschen an die Trireme eher. Aus Sif 2. Stadtmauern. Sehr gut. Boston erholt sich hier auch tatsächlich so langsam. Nachdem wir jetzt den Siedler umge... umgesiedelt haben. Ist das jetzt ein bisschen besser. Ihr baut erst mal ein Tempel. Das ist der Washingtoner Streitwagen. Ihr baut... Du baust mal bitte eine Straße. Da kommst du nicht rüber. Dann geh mal hier rauf, bitte. So, und den Rest kann er dann laufen. Na, kommt da sogar diese Runde noch an? Nee, nicht ganz. Nächste Runde kommt da an. Bewässerung. Ich finde das übrigens gut, dass sie hier genau dieselben Tasten haben. Tatsächlich wie in Civilizations 3. Und wir haben den Feudalismus. Feudalismus bringt hier noch gar nichts. Das ist auch interessant. Weil in Sif 2 ist es tatsächlich so, dass hier der Sperrkämpfer kommt. So wie Sun Tzu's Kriegsakademie. Die gibt es hier anscheinend noch gar nicht. Dann bauen wir jetzt mal die Ingenieur... Oder wir erforschen jetzt mal die Ingenieurswissenschaften. So, Bewässerung. Der ist angekommen. Sehr schön. Theben hat seinen zweiten Falang. Das freut mich. Und ihr seid auf 4. Genau, baut mal einen Siedler, damit ihr euch nochmal ein bisschen verbessern könnt. Wird natürlich befestigt. Wie ist das mit Memphis? Was baut ihr gerade? Ihr baut die Kaserne. Okay. 20 Einkommen. Das ist nicht schlecht. Doch. Was ist das da eigentlich für ein weißer Balken? Soll das die Wolke sein? Oh, der Kolossus ist fertig. Man sieht nur die Füße. Geil. Endlich Füße in diesem Let's Play. Ne, das klingt verkehrt. Gut. Wir haben unser nächstes Weltwunder. Selbst gebaut. Wie ich noch hinzufügen möchte. New York hat bereits einen Siedler. Das heißt, ich werde mir den Bau eines weiteren Siedlers verkneifen. Aber ihr baut erstmal bitte einen Tempel, danach einen Marktplatz. Und ich werde gleich mal gucken, was der Kolossus bringt. Memphis baut seine Kaserne, die übrigens zwei einfache Holzhütten sind. Finde ich auch gut. Ja, Memphis baut ihr auch nochmal einen Tempel, genau. Weil wir hatten ja beim letzten Mal eine Katastrophe gehabt in Philadelphia. Und das lag ja auch mehr oder weniger daran, weil sie keine... ...keine Tempelanlagen hatten. Das sieht auch schick aus. Das sieht sogar noch ein bisschen schicker aus. Ich wollte gucken wegen Kolossus. Boston baut Tempel. Sehr gut. Ich glaube, mit den roten Dingern daneben können wir Gebäude auch verkaufen. Aber das ist jetzt nicht wirklich erforderlich. Äh, ihr könnt mal... Marktplatz habt ihr anscheinend schon. Dann baut mal bitte die Bibliothek. Damit wir mal ein bisschen unsere Intellektuellen fördern können. Und eine Straße, damit auch Philadelphia an das Netz angeschlossen wird. Du gehst da hin für den Bergbau. Und es wird gespeichert. Äh, ich wollte gerne selber speichern. Atlanta baut Marktplatz. Ich bin übrigens mal gespannt, ob jetzt auch hier in dieser Aufnahme wieder so ein komisches Quiz kommt. Mal gucken. Aber diesmal bin ich ein bisschen schlauer, was das Quiz angeht. Beim letzten Mal habe ich ja grandios verkackt. Ihr habt noch nicht mal eine Kaserne. Ihr baut aber trotzdem erstmal einen Tempel. Wie viel kostet der? 160. Warten wir noch. So, ein Bergwerk. Das fördert nämlich die Produktion. Deswegen wird der nämlich auch gleich mal dahin gehen. Das dürfte nämlich auch unsere Wirtschaft kräftig fördern. Allein schon, weil ja Goldmünzen sind. Das wäre ja immer noch nicht fertig. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie viele Stufen es gibt. Ich probiere das jetzt mal spaßeshalber aus. Das ging jetzt sehr schnell. New York baut Tempel. Also die New Yorker sind echt gut dabei. Die haben auch schon einen Siedler. Deswegen kriegen sie auch keinen zweiten. Marktplatz, genau. Dann baut das mal als nächstes. Wir bauen jetzt erstmal ein paar Stadtmodernisierungen. Das werden wir später aber noch ändern. So, in Washington. Was könnt ihr denn jetzt Schönes machen? Eure Schildproduktion hat sich schon wieder geändert. Ich sehe auch gerade die kompletten Felder da oben. Die sind noch gar nicht erforscht. Das werden wir gleich ändern mit dem Schiff. Ja. Hm, vier Felder kann es fahren. Ich frage mich. Speichere mal vorher. Nicht, dass das gleich aus Versehen absäuft. Das wäre ja nicht so schön. Speichern wir mal. 1030 schon. Ui. Ich will nämlich mal wissen, wenn es zu lange auf hoher See ist, ob es dann absäuft. Philadelphia baut Siedler. Ja. Ich hoffe, den können sie auch halten. Dann baut ihr bitte mal die Kornkammer. So, mit dem... Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, der säuft nicht ab, weil dann werden wir tatsächlich mal einen Streitwagen mitnehmen, damit er mal so ein bisschen erkunden kann. Memphis baut Tempel. Sehr gut. Memphis ist auf vier. Ich halte mich mal noch zurück mit dem Siedler. Deswegen bauen die jetzt erstmal einen Marktplatz. So, du baust Bewässerungsanlagen. Und das Schiff säuft nicht ab. Schon mal gut. Den Streitwagen einmal mitnehmen, bitte. Einmal warten. Der Streitwagen geht an Bord. Und er ist an Bord. Wunderbar. Und dann werden wir mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Teben baut Siedler. Auch das ist sehr gut. Und dann werdet ihr jetzt auch anfangen, die ersten Modernisierungen zu bauen mit der Kornkammer. Schön sieht man einfach so eine Bauskizze. Auch nicht schlecht. So, Elektrotechnik mit Elektrizität. Erfindung mit Lesen und Schreiben. Erfindung hatte damals Leonados Werkstatt gebracht. Jetzt nehmen wir erstmal die Republik. Schick mal ruhig. Hallo? Anlanden. Auch nett. Jetzt kann ich das machen. Okay. Dann geht der nämlich mal an Land. Kann sich mal ein bisschen umgucken. Das ist wahrscheinlich nur eine kleine Insel. Nehme ich mal an. Ich finde das übrigens auch interessant. Das ist ja auch im Nachfolger so gewesen, dass sie hier auch tatsächlich anzeigen, wenn ein Siedler gebaut wird. Ja, das ist wirklich nur eine kleine Insel. Also nichts weltbewegendes und anscheinend schon leergeräumt. Buffalo kriegt seinen Kornspeicher. Sehr gut. Wie? Ihr habt doch Blitzen. Wollt mich doch auf den Arm. Ja gut, die Produktionszeit ist lange. Okay. Dann baut er erstmal eine Kaserne. Das dauert sowieso eine Weile. Also hier ist nicht sehr viel. Dann gehen wir wieder an Bord. Da ist noch eine Lücke. Die werden wir aber nochmal mitnehmen hier. Das wäre aber auch eine geile Position für eine Stadt, ehrlich gesagt. Atlanta baut Tempel. Sehr gut. Atlanta hat ja auch schon eine gewisse Größe erreicht. Deswegen würde ich mal sagen, dass ihr erstmal, bevor ihr weitermacht, einen weiteren Phalan baut. Es gibt was Besseres in der Verteidigung. Nein. Dann baut ihr erstmal einen Phalan, bitte. So. Weil dann hat nämlich die Stadt auch die Ressourcen dafür. Atlanta, wie sieht's aus? Zwei Nahrung. Wenn ich die abziehe und dann stattdessen da hinziehe. Oh, das gibt eine ordentliche Schildsteigerung. Wie lange braucht der Phalan jetzt? Drei Hunden. Ja, damit kann man doch arbeiten. Damit kann man doch arbeiten. Dann bauen wir hier noch eine Bewässerung. Da kann, glaube ich, ruhig gleich noch eine Straße hin. Zwei Nahrung. Ui. Schild und vor allen Dingen vier Handel. Ich hoffe, das hat jetzt keinen Nachteil auf die Nahrung. Denke aber mal nicht. So, dann nimmst du das Feld noch mit. Und dann erkunde mal weiter. New York baut Marktplatz. Das geht hier echt Schlag auf Schlag hier. Sehr gut. Oh, wollt ihr vielleicht schon das nächste Wunder bauen? Komm, baut mal das nächste Wunder. Die große Bibliothek. Einfach so. Ich habe übrigens immer noch nicht geguckt, was die Wirkung des Kolossus ist. Werde ich jetzt mal nachholen. Aber ich muss ja tatsächlich sagen, es gibt nicht sehr viele Gebäude. Und vor allen Dingen Johann Sebastian Bachs Weltwunder heißt nicht Kathedrale, sondern Kirche. Ist auch interessant. Es sind so Kleinigkeiten, die das unterscheiden. Genau. Der Koloss von Rodos. Ein Handelsprung pro Handelsquadrat in der Stadt bis zur Entwicklung der Elektrizität. Veraltet also auch. Okay. Gut zu wissen. Washington. Ihr habt keinen Siedler. Ihr werdet mal eben euren Marktplatz fertigstellen. Nein, ich will nämlich einen weiteren Siedler haben, der dann nämlich den Flecken hier mal in Besitz nehmen wird. Für das amerikanische Imperium. Ja, ja. Hat schon eine gewisse Größe erreicht. Oh, warum 40 Runden? Seid ihr wahnsinnig? Wenn wir den kaufen, 320. Ja, gut. Mach ruhig. So, dann wartet der kurz mal. Und der Streitwagen wird dann auch so lange aufpassen, bis der erste Krieger halt fertig ist. Danach sind sie dann selber auf sich angewiesen. Kaserne. Ich glaube, Atlanta kann auch gleich mal ein Dings bauen. Ein Schiff. Das dauert alles viel zu lange. Was ist mit euch los? Also eure Produktion schmeckt mir echt gar nicht. Washington. Das geht gar nicht. Ist nicht gut. Boston-Bau-Bibliothek. Erinnert mich so ein bisschen an das Washington Monument aus Alarmstufe 2. So sah das gerade so ein bisschen aus. Boston. Ihr seid auf 4. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich eine weitere Militäreinheit erstmal nicht verkraften. Botman-Kolosseum, genau. Botman-Kolosseum. Ich glaube, das ist in Ordnung. Buffalo wird auch noch angeschlossen. Keine Sorge. Das habe ich nicht vergessen. Wie ist das eigentlich? Können wir auf der Oase auch Bewässerung bauen? Würde mich mal interessieren. So, du gehst an Bord. Und du setzt Kurs auf die kleine Insel da vorne. Zack, zack, zack. Dann einmal U, bitte. An Land gehen, an Land gehen. Und nochmal ein bisschen warten gleich. So, Bewässerung. Ja, macht er. Gut. Kommt hier gleich nochmal eine hin. Du kannst ja erstmal so lange so erkunden. St. Louis. Yo. Auch eine Stadt, die bei Alarmstufe O2 dabei war. Und durch die beiden Fischgründe in der Nähe gibt es auch eine solide Nahrungsproduktion. Das heißt, die Stadt dürfte auch recht schnell wachsen. Blitz, fünf Runden. Dann setzen wir gleich mal eine oben drauf. Phalanx, zehn Runden. Wunderbar. So, du wartest. Boah, gibt es hier viele Schiffgründe. Fischgründe meine ich. Schiffgründe. Ja, das ist auch gut. Hervorragend. Republik repräsentiert durch den Adler. Sehr schön. Gesetzbuch und Lesen und Schreiben. Bankwesen mit Handel. Bankwesen ist auch geil. Das heißt nämlich, dass wir noch mehr Kohle in die Kasse reinkriegen. Atlanta baut die Kaserne. Sehr schön. Welche Größe habt ihr denn? Ja, ihr seid auch schon ziemlich groß. Ich würde mal vorschlagen, ihr baut einen Streitwagen. Ihr seid acht Leute. Und er ist selbst 4 und 3 Schiffgründe. Ich nehme auf so ein und schaffst es nicht mehr an. Auch jetzt letztendlich auch ein Steinkriegen. Vielen Dank.